Spike Sohls Fantastic Pastas Prema Amana Tayo Sol von Spike Sohl Zunächst einmal müssen wir mal klären, was eine Prema Amana Tayo Sol eigentlich ist, was es bedeutet, wie sie entstanden sind und wie sie sich entwickelt haben. Zunächst der Name. Prema Amana Tayo Sol. Prema steht für Liebe, Amana für Frieden, Tay für Leben und O Sol vom Licht, also vom Lebenslicht. Prema Amana Tayo Sol, Liebe, Frieden, Lebenslicht. Es gibt noch, da kommen wir gleich zu, fünf Zusätze von den vier Element Tayos und von Glamoet. Das sind die Zusätze Ju, Gro, Fi, Shi und Fu. Ju für Universe, Gro für Erde, Fi für Luft, Shi für Wasser, Fu für Feuer. Im Sternensystem Trillis befindet sich als vierter Trabant in der habitablen Zone der Planet Neabeos. Auf Neabeos gab es vor mehr als 3000 Jahren aufgrund von ständigem Wirtschaftswachstum und Ausbeutung der planetaren Ressourcen einen nachhaltigen Klimawandel. Vor etwas über 2000 Jahren hatte es dann einen planetaren Krieg um die Reste dieser Ressourcen gegeben. Man hat versucht, durch Genmanipulation stärkere und widerstandsfähigere Soldaten zu züchten. Als dieser Krieg keinen Sieger hervorbrachte, verlief dieser irgendwann kraftlos im Sande. Währenddessen veränderte sich infolge des Krieges und der Verstrahlung die Atmosphäre und es wurde über 1200 Jahre lang schwül warm. Und es hat geregnet und geregnet und geregnet. Ja, es hatte den Anschein, als würde sich der Planet die jüngste Vergangenheit abwaschen wollen. Bei diesen Genmanipulationen ist jedoch eine Menge schief gegangen. Viele der Veränderten waren nicht lange überlebensfähig und es hat wirklich bizarre Formen vorgebracht. Außerdem sorgte bedingt durch den Krieg und die Waffen die zunehmende Strahlenbelastung dafür, dass sich die Eizelle der Frau verhärtete, sodass ein Spermium nicht mehr einzudringen vermochte. Dies führte unweigerlich zur Unfruchtbarkeit, was um ein Haar zum Aussterben der gesamten Spezies geführt hätte. Viele Missbildungen wurden mit der Genmanipulation geboren und starben schnell wieder. Aber eine Art war dabei, die war etwas Besonderes. Durch die Experimentierfreude einzelner Bürgerinnen und Bürger auf Neabeos, die, wie wir sagen würden, mal einen flotten Dreier praktizierten, passierte es, dass die Frau dabei doch schwanger wurde. Zunächst verstand man nicht warum. Später jedoch stellte sich heraus, dass die Tayo nun als drittes Geschlecht ein Enzym produzieren, welches für kurze Zeit imstande ist, die Durchlässigkeit der harten Eischale der Eizelle der Frau wiederherzustellen, damit das Spermium einzudringen vermag. Tayos haben keine Hoden, aber einen Penis. Statt Hoden haben sie eine Vagina. Der Geschlechtsakt vollzieht sich wie folgt. Der Mann paart sich zunächst mit der Tayo. Die Tayo nimmt das Sperma auf und versetzt es mit dem körpereigenen Enzym aus einer dafür vorhandenen Drüse. Das Enzym enthält unter anderem die DNA des Tayos. Beides, das Sperma des Mannes als auch das Enzym des Tayos gehen eine Verbindung ein. Das Produkt daraus ist imstande, die Eizelle der Frau zu befruchten. Anschließend oder währenddessen vollzieht die Tayo den Geschlechtsakt mit der Frau, um den entstandenen Gencocktail an die Frau abzugeben. Fortan war klar, zur Vermehrung sind nun drei Geschlechter erforderlich. Tayos treten für gewöhnlich in weiblicher Form in Erscheinung, Selten gibt es auf Neabeos männlich aussehende Tayos, wenn gleich mit Recht an Rögyner Erscheinung. Geschlechtlich unterscheiden sie sich jedoch nicht. Tayos wurden während des Krieges als Soldaten und anschließend zum Wiederaufbau von Neabeos gebraucht, was aufgrund ihrer kräftigen Statur, ihrer Hauptaufgabe wie auch ihre Daseinsberechtigung war. Nicht alle Tayos sind außerordentlich muskulös, aber sie sind alle auffallend zäh, widerstandsfähig, mit erstaunlich stabiler Gesundheit und hartem Nehmen. Alle Tayos sind meistens rudimentär mit weiteren Fähigkeiten ausgestattet. Als man später ihren Vorzug bei der Fortpflanzung entdeckte, wurden die Tayos plötzlich interessanter, waren jedoch weiterhin nicht gleichberechtigt, da sie als einfache Arbeiter wie Vieh gehalten wurden. Es hat eine ganze Zeit gedauert. Jedoch erkannten dann die Tayos ihre Rolle als drittes Geschlecht und ihren gesellschaftlichen Einfluss. Nach langen Kämpfen um Anerkennung wurden sie später als gleichberechtigte Teile der Gesellschaft anerkannt. Sie bekamen einen planetaren Gegenwartstatus, durften Schulen besuchen und eine Ausbildung genießen, sich einen Beruf aussuchen und vieles andere mehr. Da Tayos ihre DNA über das Enzym an die Frau weitergeben, kommen sie auf demselben Wege zur Welt wie andere Humanoide auch, jedoch erheblich seltener. Dies war ebenfalls ein Grund, warum ihr Ansehen in der Gesellschaft stieg. Sie sind eben etwas Besonderes. Dennoch gab es Teile der Bevölkerung, die daran arbeiteten, das Enzym künstlich herzustellen, um nicht weiter von den Tayos abhängig zu sein. Dies gelang zwar in der chemischen Formel, gleichwohl lebte es nicht und war für die Fortpflanzung ungeeignet. Und nur wer Kontakt zu einem Tayo pflegt, ist in der Lage, sich zu reproduzieren. Die Tayos erkannten folgerichtig ihren Wert bei der Fortpflanzung und merken, dass sie über diesen Weg eine gewisse Entscheidungsfähigkeit und Einflussnahme hatten, die sie zunehmend einzusetzen vermochten. Frauen, die eine Tayo zur Welt bringen, werden in den Dörfern hoch verehrt. Tayos verfügen über eine hohe Lebenserwartung. Sie werden mindestens 700 Jahre alt. Vereinzelnd wird von manchen behauptet, welche mit über 900 Jahren gesehen zu haben. Die hohe Lebenserwartung macht die niedrige Geburtenrate zwar wieder wett, verlangsamt allerdings auch ihre Anpassungsfähigkeit an veränderte Umweltbedingungen und Lebensumstände beträchtlich, weshalb sie Veränderungen im Allgemeinen immer recht zurückhaltend gegenüberstehen. Durch all die genetischen Veränderungen haben die Tayos eine ganze Reihe von weiteren Vorzügen. Sie sind imstande, verschiedene Kräfte zu nutzen. Dinge wie Telekinese, Teleportation, spontane Flammenbildung. Sie können für Stunden die Luft anhalten, einen Energieschutzschild um sich und andere bilden und die Gedanken anderer Humanoider lesen. Bei ihresgleichen klappt das meistens nicht, aber es soll Ausnahmen geben. Sie haben ein weit besseres Gehör. Sie können in verschiedenen Bereichen sehen, Infrarot, Ultraviolett, vereinzelt sogar bis in den Röntgenbereich hinein. Natürlich können die Tayos das nicht alles auf einmal. Die einen können dies und die anderen können das. Die vorhandenen Fähigkeiten sind bei allen Tayos wie gesagt vereinzelt und nur höchst rudimentär ausgebildet. Es gibt aber zwei verschiedene Arten von Tayos, die durchaus etwas mehr drauf haben. Auf Neabeos gibt es vier Element-Tayos, die entsprechend Feuer, Wasser, Erde und Luft über besondere Fähigkeiten verfügen. Zum Beispiel reicht es bei den Tayos, die die Fähigkeit besitzen, Feuer zu bilden, zum Anstecken einer Kerze. Manche können vielleicht sogar einen Kamin damit anzünden. Ein Feuerelement-Tayos kann ganze Feuerwalzen heraufbeschwören und über Städte hinwegtreiben oder mit gewaltigen Feuerbällen schießen. Begrenzt vermag die Feuer-Tayos zu heilen, entweder sich selbst oder jemand anderen. Muss die Feuer-Tayos viel heilen, verlängert sich von Mal zu Mal die Zeit des Wiederaufladens, was bedeutet, dass die Fähigkeit während einer Schlacht verloren gehen kann und sich erst anschließend, wenn der Körper wieder zur Ruhe kommt, regeneriert, wenn es dann noch ein Anschließen gibt. Feuer-Tayos besitzen einen kinetischen Schutzschild und eine erhöhte Resistenz gegenüber äußeren Einflüssen, wie große Hitze, schlechter oder giftiger Luft, Stromschläge. Der Gebrauch dieser Schutzschilde schwächt die Feuer-Tayos allerdings bei längerem Gebrauch erheblich. Feuer-Tayos sind willentlich in der Lage, ihre Haut zu einer Art Echsenpanzer zu verhärten. Dann sind sie sehr schwer verwundbar und irrsinnig temperaturresistent. Es schränkt sie allerdings auch in der Bewegungsfähigkeit mächtig ein. Da sie sich dabei einrollen, können sie sich nur noch rollend vorwärts bewegen. Die Wasser-Tayos kann Wasser entstehen lassen, das Wasser teilen, sie kann es kübelweise schütten lassen und ebenfalls damit schießen, das jedoch eher zur Notwehr und zur Selbstverteidigung völlig ungeeignet zum Angriff gerade in größeren Formationen gegenüber. Unterstützen kann die Wasser-Tayos durch ihre Fähigkeit des Einfrierens. Was oder wen auch immer sie trifft, erstarrt zu Eis. Die Wasser-Tayos ist die Heilerin der vier. Die Wasser-Tayos heilt größere Gruppen, auch aus der Ferne, sie kann wiederbeleben und die Wasser-Tayos verfügt über eine weit überdurchschnittliche Intuition und weiß Dinge schon, bevor sie passieren. Zu jedem Zeitpunkt kann sie mit den anderen Element-Tayos telepathisch in Verbindung stehen. Die Wasser-Tayos erhält ihre Kraft im Gebet und nicht durch den Kampf, weshalb es oft so aussieht, als würde sie teilnahmslos dasitzen und nichts tun. Tatsächlich beschützt sie die Gruppe und hält Barrieren aufrecht. Sie gibt der Gruppe erneut das Ki, den Atem Gottes. Die Luft-Tayos kann das Wetter beeinflussen. Von Nebel bis hin zu gewaltigen Sturmtiefs und Tornados kann die Luft-Tayos auch Blitz und Donner entstehen lassen, was zu gewaltigen Flächenschäden führen kann. Im punktuellen Einsatz dieser Fähigkeiten ist sie weniger geschuld. Die Luft-Tayos ist jedoch ebenfalls in der Lage, in Einzelfällen punktuell zu heilen und sie kann mit Stromblitzen auf kurze Entfernung schießen. Außerdem ist sie imstande, einen beträchtlichen Energieschutzschirm über die Gruppe zu legen. Eine Luft-Tayos kann sich selbst und die Gruppe heilen, wenn auch lange nicht so ausgeprägt wie die Wasser-Tayos. Und sie kann sich blitzschnell bewegen, was sie zu einem schwierigen Gegner macht. Die Erd-Tayos ist die Meisterin der Telekinese. Nichts und niemand ist vor ihr sicher. Alles, was sich irgendwie bewegen lässt, kann in ihrer Gegenwart zur Waffe werden. Außerdem ist sie weit überdurchschnittlich belastbar, stabil, schmerzunempfindlich und hat echte Nehmerqualitäten, wenn es sein muss. Ein weiterer Vorzug der Erd-Tayos ist die Versteinerung. Damit können Gegner entweder für eine Weile versteinert oder dauerhaft zu Sand verwandelt werden, was jedoch nur in Notfällen eingesetzt wird, da es erhebliche Kraft kostet. Auf kurze Distanz ist niemand stärker als die Erd-Tayos. Über diesen vier Element-Tayos steht nur noch die oberste Führerin von Nehmer-Beyos, Glamoe. Glamoe ist eine alte Weise der Tayo und die zweite oberste Tayo, die Nehmer-Beyos seit dem großen Krieg anführt. Die erste vor ihr ist bereits verstorben. Glamoe, die Mutter von Nehmer-Beyos und die Anführerin aller Tayos, hat dieselben Fähigkeiten der vier Element-Tayos, nur noch stärker und alle auf einmal. Ihre Vorgängerin begann vor vielen hundert Jahren ein Energiegitter, welches Nehmer-Beyos mit fast unendlicher Energieversorgung zu bauen. Glamoe hat es vollendet. Es ist eine Sphäre, die die abgestrahlte Energie des Zentralgestirns Trillis von allen Seiten im solaren Maßstab auffängt und nutzbar macht. Seit Tayos Nehmer-Beyos bewachen, ist auf dem Planeten kein Krieg mehr entstanden, kein Unheil mehr geschehen. Nur von außen wollen sich viele die Errungenschaften zu eigen machen. Nehmer-Beyos wird oft von Raumschiffen und Weltraumpiraten angegriffen, die sich auf Kosten der Nehmer-Beyoser bereichern wollen. Die Nehmer-Beyoser vor diesen Angriffen zu schützen, ist die Hauptaufgabe der Element-Tayos. Die Entwicklung auf Nehmer-Beyos Auf Nehmer-Beyos entwickelt sich Wirtschaft, Kultur und Wissen für alle gleichmäßig. Der Entwicklungsstand wird bemessen am einfachsten und am langsamsten. Je mehr Menschen am einfachsten leben, desto besser. Dann ist das eine breite Basis und man kann auf Nehmer-Beyos insgesamt zusammen als Spezies auf dieser Basis aufbauen und wachsen. Die Langsamsten geben das Tempo vor. Es geht immer nur gemeinsam. Jeder hilft jedem. Stück für Stück entwickelt sich so eine gleichmäßige und stabile Gesellschaft, die es bereits jetzt schon zu weitreichenden Fähigkeiten und ausgeprägtem Wohlstand gebracht hat. Für alle. Niemand kann sich einen Vorteil verschaffen. Das lässt Glamoy nicht zu. Ihr ist es immer das Wichtigste, dass alle auf dem Planeten gesund sind und es ihnen gut geht. Wer sich auf Kosten anderer einen Vorteil verschaffen will, wer das Leben nicht achtet, hat schnell seine eigene Lebenslegitimation verwirkt. Tayos haben sich zur Krone der Schöpfung entwickelt und sind Meister der Geduld. Und wer glaubt, Diana sei übermäßig groß und kräftig geraten, der sollte erst einmal die Erd-Tayo kennenlernen. Wer nun allerdings glaubt, die Tayos wären super Menschen und hätten keine Probleme, irrt gewaltig. Schon bei Eintritt der Pubertät haben es Tayos schwer. Nicht immer wird der Wunsch, eine Partnerschaft einzugehen, erwidert. Viele Humanoide fühlen sich in Gegenwart einer Tayo minderwertig und ziehen sich deshalb zurück. Eine Partnerschaft einzugehen, die nichts mit der Reproduktion zu tun hat, wird jeder Tayo außerordentlich schwer gemacht, weshalb die Tayos gerne partnerschaftlich unter sich bleiben. Was auch ganz schön ist. Aufgabe der Tayos Neabeos wird von Piraten niemals direkt angegriffen, sondern immer über den Wüstenmond Zaimba. Sie landen dort, um ihre Aggregate wieder aufzuladen. Sie tun dies mit Hilfe der Energiesphäre von Neabeos. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass Neabeos selbst seine Feinde mit Energie versorgt. Natürlich versuchen die vier Element-Tayos das zu verhindern, was für gewöhnlich auch gelingt. Bei dem letzten Versuch, die Piraten davon abzuhalten, Neabeos anzugreifen, kam es jedoch zu einer massiven Schlacht, bei der die Feuer-Tayo, die Prema-Amana-Tayo-Sol-Fu, Manisha-Muhini-Indrani lebensgefährlich verletzt wurde und nach gewonnener Schlacht auf dem Weg nach Hause verstarb. Vorgehen im Falle des Todes eines Tayos Stirbt ein Element-Tayo, so ist es zum Schutze aller Neabeoser unumgänglich, innerhalb von zehn Tagen den Sarkophag einer Weltraumbestattung zuzuführen, da dieser, wenn der Leichnam seine Ki-Energie abgibt, zur kleinen Nova explodiert, was die unmittelbare Ausbreitung einer Solotonwelle nach sich zieht. Würde das auf dem Planeten passieren, wäre der Tod aller und die Auslöschung jeglichen Lebens auf Neabeos die unweigerliche Folge. Im All jedoch trägt die Solotonwelle die genetischen Informationen und das vollständige Gedächtnis des Element-Tayos in sich und sucht sich dann irgendwo im Universum einen neuen Fötus, der fortan als Element-Tayo weiterleben wird. Es findet eine Zeremonie mit allen Ehren für die Feuer-Tayo statt und das Volk von Neabeos verabschiedet sich während einer großen Feierlichkeit, von Manisha Mohini Indrani Wir danken euch fürs Hören und hoffen, wir konnten euch betören. Hat euch gefallen die Geschichte? Vergesst den Daumen nach oben nicht! Auch ein Kommentar wird uns freuen, ihr würdet sicher nicht bereuen. Abo und Glocke seid unser Gast, damit ihr keine Geschichte mehr verpasst. Abo und Glocke ist unser Gast. Abo und Glocke seid unser Gast. Untertitelung des ZDF, 2020